Klimawandel, Mobilitätswende, neue Energie, demografische Veränderungen, Digitalisierung. Und wo führt das alles noch hin? Der Frage geht eine neue Ausstellung des Stadtplanungsamtes unter dem Titel Urbanität, Mensch, Klima im Ibershop nach. Dieser hat nach einer längeren Pause Ende März wieder seine Türen geöffnet. Die Stadt der Zukunft, wie könnte sie aussehen? Welche Anregungen oder Lösungen für anstehende Herausforderungen gibt es? In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der großstädtische Lebensraum rasant geändert, kaum bemerkt von den Menschen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie wurde zum Katalysator des Wandels. Partner der Ausstellung sind Wohnungsunternehmen, die ihre Konzepte vorstellen. Wie die Rheinhausanlage im Stadtteil Hopfengarten, eine der ersten energieautarken Wohnanlagen in Sachsen-Anhalt. Sowie Ideen aus einem Kreativwettbewerb für ein mögliches klimaneutrales Wohngebiet auf dem kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung ist bis Oktober zu sehen. Der Ibershop in der Regierungsstraße 37 ist bis Jahresende täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.